Hey, ich hab ihn gleich gebraucht. Ganz jetzt? Ja. Ähm, ja. Yolo. Oh yeah! Hey ihr Hüllen-Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Survival Games, eine Runde Survival Games. Mit dabei ist heute der Coswar und heute erfahrt ihr ein paar Informationen über... Das neue Projekt! Hallo! Hallo! Habe ich gesagt, dass du Hallo sagen darfst? Nee, Spaß. Ich bin froh, dass du mich in deiner Aufnahme haben darfst. Okay, 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 es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir so leid, oh ne. Also bis 12 muss ich fertig sein, dann muss ich nämlich was essen. Ja, ich auch. Und dann sind hier wieder Millionen von Leuten, wie spät ist es jetzt? Ganz kurz auf mein Phone gucken. 11.37. Okay, ich hab gar nichts, ich hab, ich hab nichts. Ich hab auch nichts. Ich mein, ich hab, ich hab zwar Schuhe und so, aber nichts zum Ausrüsten. Ähm. Ich folg dir mal. Du musst wahrscheinlich vergessen, dass ich auch noch da bin. Ja. Einfach weg hier. Wir müssen einfach weg, ja? Wieso sind wir eigentlich jetzt nicht in den 64er gegangen? Wieso bin ich da jetzt nicht reingegangen? Sehr besser so. Bist du hinter mir? Ja. Und ich schlag dich! Ne, ne, ne. Uuuuh. Okay, du hast bei mir kein Skin. Wie die... Hat doch gesagt, ich schlag dich. Ich schlag dich nochmal in der Spaß. Na, hör auf bitte. Das muss ich unnötig essen und dann... Naja. Oh, und? Ne, weißt du was? Oh. Oh, ich dachte man kann da runter gehen. War hier nicht mal ne Kiste eigentlich? Hier, hier, genau hier. Oh, schade. Oh, hier ist aber eine. Hier ist eine, hier ist eine. Oh, da ist auch noch eine. Wir öffnen sie und da war nichts drin. Wir öffnen sie und da war ein Steinschwert drin und ein Goldschwert. Wo? Gib her bitte, das Steinschwert. Oh man, wieso willst du nur Steinschwert? Weil ich... Das weil das meine Aufnahme ist. Es ist mir scheißegal, wie ich will, töd ich dich jetzt. Na, Spaß. Sonst rastest du aus. Da, da vorne ist einer, ne? Ja. Und ich muss die Aufnahme jetzt was hinbekommen, also musst du mich unterstützen. Aber der da vorne ist halt so richtig mit Eisen und so weiter, ne? Komm, komm, den Knallen wir jetzt tot. Ähm, wen leist du mit Knallen? Den da vorne? Scheiß, ich ziehe euch nicht mehr. Okay, ich bin da. Boah. Der ist super ausgerüstet. Ich kratze mal den Weg. Okay, noch nicht. Okay. Okay. Geht nicht allein auf und los. Oh man, scheiße, ich... Ich erwischen ja sowieso nicht. Loil. Okay, ich hab' ihn gleich dauernd. Wer ist jetzt? Loil. Äh, ja. Jolo. Oh, so scheiße, das bist nicht du, fuck. Oh man. Pass auf, bitte. Bitte, pass auf. Ich bin gestorben, weil ich dachte, dass du das bist. Oh, knapp. Knappes Ding, alter. Knappes Ding. Äh. Mann, ich bin tot. Und ich hör irgendwie immer Schritte. Ich hab' richtig Angst gerade. Vielleicht hat man nur noch die Spectator. Ähm. Plus 5 Angriff starten. Okay. Dann lass' ich das jetzt einfach mal. Die Axt könnte ich auch noch hierher tun. Nimm Bogen. Ist auch ganz nett. Das Radar lass' ich auch mal da. Das hier kommt weg. Okay. Warte. Mach' ich so. Alter. Richtig, richtig harte Action hier. Action-Maction. Aber ich hab' ihn noch bekommen. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Gegner. Und mal gucken, ob ich dann... Oh neee. Oh neee. Könnt ihr mal bitte rangehen? Ich geh ran. Okay. Nein. Der hat mich getötet. Crazy chick. Das war jetzt richtig dumm. Ja. Woah. Ich hab' zum Glück nen Blockschlag gemacht. Das sind zwei Eisen. Die sind zwei Eisen. Woah. Geil. Und dann hab' ich jetzt auch noch nen goldenen Apfel, Leute. Das war jetzt du mit dem Bogen. Das war schon, ne? Wieso? Hab' ich... Die zwei Eisen sammle ich irgendwie nie auf. Hast du nen Weckwasser? Dann mach' ich aus. Okay. Hab' ich nen Stick? Ne, ich hab' wieder mal... Nein, ich hab' wieder mal keinen Stick. Okay. Okay, ist okay, Leute. Ist okay. Aber ich hab' dafür nen goldenen Apfel. Ich hab' dafür nen goldenen Apfel. Und das macht mich happy. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Aber hab' ich nen Feuerzeug? Ne. Obwohl ich ganz gerne eins hätte. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Okay. Tschüss. Ich geh' dann mal. Wir sehen uns. Schau, wir sehen uns irgendwann dann mal. Im Leben. Ich glaub' die Eisenachs mach' ich jetzt einfach weg. Ich mein', ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, wenn man schneller... Ne, ich lass' die Eisenachs hier unten. Oh, das Deathmatch beginnt dann gleich. Ich hab' richtig Angst jetzt gerade. Warum? Ich weiß nicht, du bist am besten ausgerüstet. Ich schau' mal nach. Und... Nee, das... Beim zweiten nein. Beim dritten ja. Okay. Einer ist sogar besser als du. Der hat einen Eisenachs, Baby. Aber ich hab' ne Eisenachs, Baby. Du hast einen goldenen Apfel. Und die anderen sind einfach nur... Den kannst du mit einem Schlag fertig machen. Wie übertreiben wir's denn? Wenn ich noch schnell zum Verzauberungstisch käme. Wenn ich... Aber ich weiß zum... Leider nicht, wo der ist. Das ist ja das... Am Spawn, oder nicht? Kann... Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich... Bin ich jetzt hier am Spawn? Ne. Wenn jetzt einfach mal... Oh! Ich bin am Spawn. Hier gibt's einiges an Essen. Huh! Toll! Ist dein Saubertisch? Nein, aber ich mach mit schnell... Ein Feuerzeug. Das war jetzt notwendig. Mach mir was. Hast du den Apfel jetzt? Nein, den ess ich erst, wenn... So. Jetzt. Hab ihn gegessen. Was? Geht's erst auf diese Lone zu? Okay, ja, die... Das ist cool. Die Map ist cool. Die mag ich. Nein, die mag ich. Die ist cool. Denkst du jetzt, du kannst mich anzünden, oder was? Denkst du das Erste? Auf jeden Fall kann er dich treffen. Oh. LOL. Der hat einen Pfeil hinten, obwohl du mich von vorne getroffen hast. Ach, sowas von egal. Pass auf, da kommt einer, der andere. Der eine enchantet da hinten. Und ich! Tu einfach nichts! Oh Mann. Das hat alles keinen Sinn mehr. Ja. Das ist jetzt... Das wird sicher sehr, sehr lange dauern, das Deathmatch. Okay. Den hole ich mir jetzt. Mir egal. Mir egal. Ob ich brenne, das ist mir sowas von egal. Aber jetzt tu mir das. Ehm, wir haben was stehen. Okay, pass auf. Jetzt kommt die nächste. Ragon, ne? Ragon. Achso, du hast ja Regeneration. Anpasst. Nein, die Regeneration. Das sieht schon längst aus hier. Echt? Ja. LOL. Weg hier! Alter, wie hat der mich jetzt denn bitte schön getroffen hier? Ja, nee, ist klar, Leute. Ja, nee, ist klar. Ich renne hier einfach mal so voll mit Speed weg und er klatscht mich weg. Ach. Das hätte ich jetzt echt gerne gesehen. Aber egal, Leute. Die Runde kann ich nehmen, weil ich bin wenigstens ins Deathmatch gekommen. Und ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr und einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde sagen, tschüss. Tschau.